ja allihallo ich grüße euch heiligabend 13 uhr 20 bei mir war gerade der weihnachtsplan und hat mir post aus china gebracht keine ahnung was drin ist so vier fünf sachen auf die warte seit ewiger zeit das sind leds ich glaube 200 stück oder so in weiß klar ja wunderbar sind die auch da ich wünsche euch schöne weihnachten und falls wir uns nicht hören einen guten rutsch bis dahin ciao ja